Wenn du kurzsichtig bist und wissen möchtest, ob du mit Augentraining deine Sehkraft verbessern kannst, dann bist du hier genau richtig, denn ich möchte dir in diesem kurzen Video verraten, ob du deine Sehschwäche wirklich verbessern kannst und wie das funktioniert, möchte ich dir direkt einmal vorstellen. Alles, was du dafür brauchst, ist im Prinzip nur ein Stift mit am besten einem kleinen Aufdruck drauf. Du kannst aber natürlich auch andere Sachen nehmen oder du drückst dir irgendwas auf, wo ein ganz kleiner Text drauf ist und versuchst einfach mal deinen Arm, soweit es geht, auszustrecken. Wenn du diesen Text dann nicht mehr erkennen kannst, der hier drauf ist, dann bist du definitiv kurzsichtig und jetzt wollen wir herausfinden, wie stark. Du nimmst diesen Stift und fügst ihn immer näher ran und wartest so lange, bis du diesen kleinen Text gestochen scharf sehen kannst. Beispielsweise bist du jetzt im absoluten Nahbereich, also wirklich hier nur zwei, drei Finger breit entfernt und dann bewegst du deinen Stift langsam wieder in die Ferne, sodass es wieder langsam beginnt zu verschwimmen. Aber mach das nicht zu weit, sondern nur so weit, du es einigermaßen noch scharf erkennen kannst. Also die Umrisse, es soll leicht verschwimmen und dann gehst du wieder in Richtung Nase, bis es wieder komplett scharf ist. Und dann gehst du wieder in die Ferne und vielleicht merkst du es jetzt auch schon bei mir, bei mir ist nämlich auch der Effekt eingetreten, dass ich wieder deutlich schärfer in die Ferne gucken kann. Und je öfter ich das wiederhole, wie du das siehst, mein Arm wird immer länger, weil die Augen sich immer wieder neu darauf einstellen. Und so leicht kannst du wirklich deine Sehschwäche verbessern. Wenn dich das interessiert, wie sowas langfristig funktioniert, wie das auch wirklich mit Schritt für Schritt, mit roten Leitfaden funktioniert, auch bei höheren Dioptrienzahlen, dann melde dich doch gerne bei meinem kostenlosen Augentraining-Workshop an. Der geht so circa 60 bis 90 Minuten, je nachdem wie viel los ist, wie viele Fragen auch gestellt werden. Dort kannst du dich gerne mal kostenlos anmelden. Und dort zeige ich dir noch weitere Tipps und Tricks, wie du deine Sehkraft schnell und einfach verbessern kannst. Also wenn du dabei sein möchtest, gerne unterhalb mal gucken, dich kostenlos anmelden. Und dann verrate ich dir noch weitere spannende Tipps, wie du deine Sehschwäche loswerden kannst.